good lines with old friends geschafft ich weiß nicht was ich getan habe ich hab's aber geschafft ich war gut ich war sowas von verdammt gut was ist denn hier los die tür ist gerade zugegangen jetzt freue ich mich ja schon auf das nächste ich will raus und die habe ich auch noch ganz vergessen ich werde hier noch alle leute ich sterbe hier 7000 tode was müssen jetzt machen chuck norris wird er chuck das Was ist... Sch, sch, sch. sie ist stehen geblieben und alle bleiben stehen es wird jetzt angesprochen ich kann übrigens nicht laufen wenn rotes licht ist aber hier nicht so schnell verdammten ihr wisst gar nicht wie gruselig das ist die wollen macarena tanzen die wollen eine polonaise mit mir machen aber ich verstehe das nicht gut dass ihr auch kein schimmer habt aber ist gut wir müssen das ja verstehen langsam irgendwie passiert ja auch nichts kann ich dich irgendwie weg weg den das ist eklig Aha, doch, überall das Licht anmachen. Das ist aber sch... Ich bin jetzt gerade gefangen. Wenn rot ist, kann ich mich nicht bewegen. Also habe ich mir schon gedacht, eben mit Licht. Okay, war das schon richtig. Aber es ist echt miese, weil die sind ziemlich schnell und machen die über das Licht immer aus. Guck, das hat schon wieder ausgemacht. Ich habe es schon gehört. Ich habe es doch schon gehört. Ach, das war an. Aber irgendwie passiert auch nichts, ne? Ich sterbe hier gar nicht. Finde ich voll gut. Oder sterbe ich hier auch mal? Ich höre eine Uhr ticken. Die Zeit tickt ab. Ich bin tot. Okay. So, die Zeit ist abgelaufen. Bin jetzt tot. Aber gut zu wissen, dass man... Mal gucken, ob ich das in sechs Mal tot bekomme. Gucken, wenn wir mich töten. Wie stimmt der Chester? Der ist ja mal als erstes da. Da war er schon wieder. Ich spiele das Spiel gut. Also das ist schon bocksschwer, RGMAX. Das muss man können und verstehen. Nee. Doch, okay. Ich wollte gerade sagen, nee, ich muss glaube ich einfach wieder von neu anfangen. Ich bin dann tot. So. Das ist so. Wir hatten ganz am Anfang, war ich im Haus. Und das im Haus war schon gruselig, weil ich musste dort abwaschen. Und das ist so. He doesn't like games. Bin ich lustig, wie der so grinsend an mir vorbeirennt. Der Raum ist hinten dunkel. Der Raum gefällt mir gar nicht. Die Schnauze, blödes Vieh. Was würde ich dir jetzt gerne so eine Flasche auf den Kopf hauen? Nein, würde ich... Die Schnauze, blödes επιflotte. Was ist das? 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 schön dass ich mit ihr laufe finde ich voll gut ich finde das so toll es ist echt ein geschmack ein ein erlebnis wo ist der schallschalter hier wunderbar wunderbar der alte der alte der alte glatzkopf ist hinter mir sogar ich könnte kotzen nein nicht ausmachen ich habe keine ahnung ich richtig mache aber die blöde kuh macht das licht immer aber schnell die ist so kleines bist hast du auch keine augen die wand verbrannt und jetzt finde lustig ich mache blitzdings mit ihr ich mache blitzdings mit er hat bisher kein licht mehr ausgemacht ich weiß nicht ob ich das richtig mache mache ich das richtig oh mein gott was habe ich mich gerade erschrocken dass ihr da steht die folgt mir die ist hinter mir die ganze zeit habt ihr es gesehen die ist gerade neben mir gespawnt diese blöde kleine hässliche satansbraten habt ihr sie gesehen ich bin an ihr vorbeigelaufen ich bin nur gar kein schalter jetzt ist die die andere olle auch hinter mir die wunderbare ganz tolle emily ich glaube das geht so oder ich sehe nur gute nacht ich will es hoffen also bisher bin ich ja nicht gestorben ich höre das ticken auch von diesem dingsbums öhrchen ich glaube ich muss sie alle hinter ich muss sie glaube ich alle um mich herum treiben sehr schön dass ich die kleine hint vor mir habe als alle beide habe ich jetzt vor mir ich habe sie alle drei hinter mir aber irgendwie ist die emily verschwunden das ganze getrampt her von der schweren braut jetzt kommt sie von vorne und der kommt auch von vorne jetzt tickt aber doch die uhr ich bin schneller ich bin schneller ich bin schnell das licht aus oder jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 He doesn't like games. Hatte mich jetzt gefreezed. Kann nichts machen. Ich bin total überfordert. Nicht überfordert. Nein, nein, nein. Überfragt. Ich will mal was testen. Das sind jetzt die Gänge. Jetzt kommt die schon wieder. Ich will mal ganz kurz gucken, was ist denn in dem großen Raum. Da ist das Licht an. Da ist alles Licht an. Ist eigentlich überall Licht an. Das sind einfach nur diese Räume, die aus sind. Ist das hier an, das Licht? Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das sind glaube ich so dunkle Ecken einfach nur. Aber was bedeutet. Das ist ein Fangspiel. Was bedeutet das? Also wir haben jetzt verstanden. Der Clown kann einfreezen. Punkt. Der die nette Mädchen lässt alle einfrieren beim Laufen. Der Chester, weiß ich nicht, was der macht. Der tötet einfach ein. Das macht er so gerne manchmal. Das macht er so ab und zu. Das hat er so drauf. Der friert mich aber ein nur. Jeden anstupsen. Ach so. Ach so. Das ist gut. Habe ich nicht dran gedacht. Gute Idee. Das kann ich sogar. Gut. Das ist gut. So, jetzt habe ich nicht angestupst. Okay. Sieht sehr freundlich aus. Die ist schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die hat echt einen schnellen Gang. Okay. Jetzt tickt das wieder und jetzt ist gleich wieder Ende. Aber, das könnte wirklich so passen, dass ich alle Licht anhaben muss und alle angedünscht haben muss. So könnte das passen. So könnte das wirklich passen. So könnte das wirklich, wirklich passen. Gut. 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 Der ist das schwierigste. Den darf ich nicht anleuchten. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Okay, aber jetzt wissen wir wenigstens. Wissen wir wenigstens so, in welche Richtung wir. Also andütschen, okay. Wie kriege ich den? Also den Glatzkopf darf ich nicht anleuchten? Wenn ich sie... Wie war das nochmal? Anleuchten? Dann ist er blind. Und dann läuft er durch mich durch. Ich muss den aber fangen. Gute Nacht, Jan. Hab dich. Kleiner. Nein, nein, nein. Er hat mich gefreeßt. Nein. Ich wollte dir sagen, ich hätte hier alle drei anditschen können. Aber nein. Der Clown muss mich freesen. Nein. Nein, 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 nein. Alles gut. Oh, ist das schwer. Das ist voll schwer. Die ist voll schnell. So, jetzt halte ich dir hier fest. Jetzt kommt da einer. Und du kommst aber nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Du kommst nicht... Nein! Gar nichts tun. Boah, ist das schwer. Ich tue die Taschenlampe jetzt mal aus. Mann, seid ihr schnell. Dann sind sie wieder alle unterwegs. Mist, das war echt schwer. Also alle auf einmal einzufrieren? Die kriege ich nicht eingeholt. Die kann ich nur einholen, wenn sie entweder mir entgegenkommt oder eingefroren wird von der Ollen. Muss ich in die Gegensätze-Richtung laufen. Nein! Jetzt kommt die genau auf einmal. Ich werde doch bekloppt. Hey, 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 ich hab dich. Komm her, du blödes Vieh. Ich hab dich doch angetütscht. Die hab ich ganz sicher angetütscht. Komm her, komm her, komm her. Der ist immer mit der zusammen. Wo ist der eigentlich? Der ist hier, dieser Glatzkopf. Komm her, komm her. Zwei hab ich. Zwei hab ich. Hey, 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 Mann. Das wären drei gewesen. Oh, oh, hab dich. Wie krieg ich dich? Oh, ich hab keine Lust mehr auf den Scheiß hier. Ich komm nicht vorbei. Oh, Mann, ich komm nicht an die Alten vorbei. Jetzt komm. Alle Male. Alle Male. Wo ist der Letzte? Vorletzte. Wo ist der Letzte? Ach, Mann, das macht keinen Spaß gerade. Das ist so bockschwer. Das ist so scheißschwer. Das ist aber zu schwer. Ich glaub, der lange Grüne, der kann die alle befreien. Der kann die wieder befreien. Dann laufen die wieder rum. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab auch keine Idee, wie ich die am besten... Mit dem Mädchen kann ich die freezen. Aber der Clown frisst mich. Pelle, bleib stehen. Pelle, bleib stehen. Du bist ja der Einzige, den ich nicht weiß, wie ich den stoppen kann. Der jetzt. Da, der vor mir läuft. Weg ist er. Ich darf mir ja nicht anleuchten. Oh, da war er. Irgendwo war er. Ich hab ihn. Haben, 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 haben. Nein, du bist der Penner. Nichts. Nein, du bist. Ich hab ihn. Ja, du bist. wir gehen mal in andere position wo die das licht nie ausmachen der kam vorbeigelaufen dieser blöde ach dieser scheiß clown dieser scheiß clown der macht immer einfach alles kaputt jetzt wird perfekt jetzt wäre es perfekt lass mich laufen lass mich laufen lassen wir doch laufen jetzt sollte los hinter mir ich komme nicht vorbei ich kann nichts tun ich hänge fest ich kann nur nicht vorbei wo ist der andere wo ist der andere diesen blöden arsch den ich nicht sehe verdammt diesen einen der eine einzige das ist dieser dieser der der in der lampe immer quietscht ich brauche nur diesen einen hat das auch noch die alte wo ist er ich verstehe es nicht da war er komm mann noch den letzten jetzt jetzt komm schon jetzt habe ich sie alle hier stehen und dütze die ganze zeit an dieser blöde kleine pisser den ich nie sehe ich bin ja nur am dünchen das macht so einen sinn komm schon blöde tatsch 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 läuft nicht weg nein 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 ach komm ich krieg den nicht alle stehen sie hier wunderbar und jetzt kriegst sie auf die fresse wer frisst mich wer ihr könnt jetzt noch retten absetzt abstellen ab dingsen ich bin in einem dunklen raum mit 56 bescheuerten puppen macht das licht aus ja das hätte ich auch machen können ja das war so gut das war so verdammt gut das hätte ich machen können hier war der richtige schalter sogar man den hatte ich sogar direkt neben mir ich versuche das jetzt wieder an der gleichen stelle leute das weiß überhaupt noch jemand wie lange es noch geht ich hab mich langsam aber die ist weggelaufen ich versuche es nochmal hier in dieser sache hier in dieser stelle einfach so ganz gemütlich durch durch mich durchgelaufen dieser renner der hat er kommt wie so von der seite mann wo ist eigentlich die alte die alle auffällt da stehst du wenn ich eben schaffen können locker ich hatte sie alle alle auf einem haufen nein 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 Nein! Juhu! Hatte Dankeschön. Wir finden jetzt noch mal die Art der Chester. Chester kommt. Hey! So, jetzt müsste ich gleich schaffen. Ich habe sie wieder alle. Nee, ich habe noch diese kleine Mama-Mama-Puppe noch nicht. Bitte komm auch. Da kommen sie. Mama. 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 Is that...? Ja! 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 Vielen Dank.